moin leute was geht hier ist wieder geil heute zeige ich euch wie ihr ganz einfach die mission lösen können von mir das woche 10 in der ihr mit dem helikopter drei fische fangen müsst das ganze zeige ich euch jetzt so leute ich lande hierfür wieder hier bei francy farms bei dem helikopter weil dieser ort ist einfach nicht so viel besucht und dort habt ihr eigentlich immer den heli also ist bei mir zumindest so das ist hier leute zeige ich euch noch mal auf der karte so ich höre ein paar leute aber die gehen alle nach francy das ist schon mal schön so leute dann schnappe ich mir den heli und ich fliege erst mal nach slurpy leute weil ihr wisst ja leute ob man jetzt eine angel findet oder nicht das kann ein bisschen dauern ich gehe auf nummer sicher und gehe nach slurpy weil da sind hundertprozentig angeln dann fliegt ihr halt ein bisschen aber ihr habt die mission hundertprozentig dann erledigt wie ihr seht geht das auch ganz schnell mit dem helikopter und hier ist schon auch schon der nächste unten der sich ein helikopter geschnappt hat so leute ich fliege direkt hier nach unten zu diesem steg und schnappe mir dort erstmal eine angel hier sind schon gegner aber das macht nichts wenn ihr die angel habt einfach wieder einsteigen und wegfliegen ich fliege hier in irgendeine ruhige ecke leute hier sieht es doch ruhig aus dann wechselt ihr einfach die plätze und könnt angeln so fisch nummer zwei und fisch nummer drei leute wie ihr seht war es auch schon ich habe alle drei fische gefangen ihr müsst weg nicht wirklich fliegen leute ihr müsst einfach nur drinnen sitzen macht so wie ich leute so ist es am sichersten ihr seht das ging auch ganz schnell ich hoffe euch hat das video gefallen heute falls ja schreibt mir in die kommentare ich freue mich über jeden like und jeden abo und wenn ihr bei meinen live streams dabei sein wollt leute klickt auf den link in meiner video beschreibung und folgt mir kostenlos auf twitch vielen dank und bis zum nächsten mal